Ja, wahrscheinlich. Ja, hätte klappen können. Ganz ruhig. Ich habe hier meine Hände. Meine Achsel, Junge, die sind kalt. Achsel? Achsel. Das ist das letzte, was von mir kalt wird. Bei mir ist gerade die Kniescheibe und meine Fingerspitze. So, du bist ein Tropfen. Einmal alle aufwächst bei den Rai-Cards. Jetzt freue ich mich an den Home-Pro, gell? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Mach von mir auch noch einen. Ich kann uns daran sharen. Meinen hat noch 10%. Ich habe mir jetzt die Zündung angelassen, nicht Deb? Batterie! Tschüss! Aber geil! Schau, wie es dann eh blick wird im Video. Und dann hört man hinten, wenn du runterkommst, noch so einen zum Gasschuss. Was sagen wir, wenn du kommst? Ich bin gerade an der Hälfte vom Kreisel. Schwer? Soll ich Schwerformat? Ja, ja. Er fehlt mich! Nein! Bei mir im Geschäft hat gerade ein Mädchen ihre Technikerarbeit gemacht. Und da haben sie eine Hero 7 Black reingehängt, damit sie den Ablauf füllen vom Fräsen. Ah, ja, ja, okay. Und der Mann hat gesagt, ja, die hatte 100 Prozent. Und nach 40 Minuten war der Akku bei 0 Prozent, Junge. Ja, ja, die ging total schnell, ja. Hä, was soll das? Das war auf 1080p Weitwinkel. Ach, echt nur? Okay, das ist... Die haben gesagt, da ist irgendwas kaputt. Da hat er gesagt, die schnageln neu, da ist nichts kaputt. Ja klar, Junge. Die halten doch noch mal drei Stunden. Ne, 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 ne. Also allerhöchstens eineinhalb. Aller, allerhöchstens. Krass. Die sind total schnell leer. Da hat der Curly auf seinen Trips immer 20 Akkus dabei, oder? Ja, ja, der hat im Anschluss eine Story. Alter, der hat ein ganzes Bett voll mit Equipment. Oh, ne alte Omi. Oma, soll ich dir helfen? Könnte man so ein Video machen... Könnte man so ein Video machen mit... Bikers are great, oder? Ja, ja. So, hinstellen und dann... Hallo! Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Oh mein Gott, Junge, wenn das ein Bulle sieht... Der Sound! So tief, Mann! So geil! Du hast jetzt schon den anderen DB-Killer drin, oder? Einen anderen als... Sag ich immer nichts dazu. Ja, hoffentlich. Ich hab den vor Street-Use. Und es gibt mir noch einen Only-For-Race-Use. Okay. Ey! Das war so klar! Wenn ihr Leute sind, das ist hier klein und ruhig gemacht. Ich hab den Helm auf, so weißt du, ich hör dich jetzt fast nicht. Krank. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo du die gedreht hast, da hat es einen Schlag irgendwie nach 5 Sekunden irgendwann noch gegeben. Irgendwo so ein... Wie so ein Schuss von dem... Von dem... Von dem Jäger, oder so. Junge! Junge ist die Schlag. Oh, Scheiße.